Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits mit den Begriffen differenzierbar und Ableitung einer Funktion an einer Stelle vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass du geometrisch interpretieren kannst, was es für eine Funktion bedeutet, an einer Stelle differenzierbar zu sein. Wenn f an der Stelle x0 differenzierbar ist, dann wissen wir, es gibt eine Zahl f' von x0 mit einer ganz besonderen Eigenschaft. Und zwar, wenn wir jetzt eine Gerade mit Steigung f' von x0 durch den Punkt A mit Koordinaten x0 und f von x0 zeichnen, dann ist das die Tangente von f in Punkt A. Und diese Tangente ist wirklich eine ganz besondere Gerade in diesem Zusammenhang. Uns wird jetzt eine beliebige kleine Zahl y größer 0 vorgegeben. Und jetzt zeichnen wir durch den Punkt A zwei weitere Geraden, und zwar eine Gerade mit Steigung f' von x0 minus Epsilon, also eine Gerade, deren Steigung ein bisschen kleiner ist als die der Tangente. Und dann noch eine Gerade mit Steigung f' von x0 plus Epsilon, also eine Gerade, deren Steigung ein bisschen größer ist als die der Tangente. Diese beiden Geraden bilden dann so einen schmalen Keil. Und jetzt wird es spannend, zu jeder Fehlertoleranz y größer 0 gibt es ein Delta größer 0 so, dass der Graph von f im Intervall x0 minus Delta und x0 plus Delta ganz im hier grün dargestellten Keil verläuft. Das klingt jetzt irgendwie sehr komisch. Deshalb ist es hilfreich, das einfach einmal auszuprobieren. Es gibt hierzu wieder eine GeoGebra-Datei, die du herunterladen kannst, wenn du im PDF auf dieses Symbol hier klickst. Und nun ein Arbeitsauftrag. Öffne diese GeoGebra-Datei und verändere Epsilon mit dem Schieberegler und überprüfe, dass du Delta dann tatsächlich immer entsprechend anpassen kannst. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen dieses Video und dann sprechen wir noch kurz darüber. Na gut, wenn man das Ganze ein bisschen ausprobiert, dann stellt man fest, das klappt tatsächlich immer. Also egal wie ich Epsilon verändere, ich finde immer ein Delta, sodass dann der Graph von f vollständig innerhalb des Keils liegt in diesem Intervall. Das ist besonders interessant, wenn Epsilon sehr sehr klein ist, also der Keil sehr sehr schmal ist. Und tatsächlich finden wir dann trotzdem noch immer so ein Delta, also noch immer eine Umgebung um x0, sodass das stimmt. Und eben das Wichtige ist, es ist völlig egal wie klein Epsilon ist, das klappt wirklich immer. Diese Überlegung mit dem Keil ist besonders hilfreich, wenn man sich überlegt, wie denn eine Funktion nicht differenzierbar sein kann und wie man denn sowas feststellen kann. Darüber werden wir uns im nächsten Video Gedanken machen. Hier noch eine kleine Bemerkung. Wenn du das hier noch ein bisschen genauer untersuchen möchtest, dann findest du noch weitere Informationen im Kompetenzheft Differenzieren 1.